Ich habe immer schon als kleines Kind zu Hause meiner Mutter in der Küche geholfen und ich muss sagen, das war einfach faszinierend zu sehen, wie aus Lebensmitteln, die wir selbst vom Bauernhof dann quasi geerntet haben, in der Küche zubereitet wurden. Und da war mir relativ früh schon klar, dass ich unbedingt mal was mit Kochen zu tun haben möchte. Und natürlich bemerkenswert auch zu sehen war bei den ganzen Vorführungen, wie sensationell gut dieses Bohrerabzugsystems funktioniert, weil man a, in der Küche erst einmal keine Gerüche wahrgenommen hat und b, natürlich auch diese ganzen verfliegenden Fette sozusagen oder auch dieses Ganze, was da rausdampft, wird unmittelbar absorbiert auf der Herdfläche, geht in den Abzug. Und da muss ich wirklich sagen, ich bin sehr begeistert, also ich weiß schon jetzt, wenn ich nach Hause fahre, ich muss wieder umbauen. Also hier bei Bohrer habe ich heute zubereitet zunächst mal Lammkoteletts, ganz zart gebraten, dazu einen Kartoffelstampf mit Oliven und einen Limonenspritzkohl. Musik Musik Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.